Hallo und herzlich willkommen zurück zu Fishing Planet am Mudwater River. Back to the Roots. Wir sind wieder im Startgebiet, möchte ich es fast nennen, in unserem Heimathafen, den wir heute befischen wollen, denn heute soll es auf Trophäenwälse gehen. Wir haben beim letzten Mal nur die Kleinen gefangen, aber heute wollen wir die richtig Dicken hier an Land ziehen, denn nach dem letzten Patch ist es mit den Unique Fischen ja ein bisschen rar geworden. Es gibt zwar noch welche, aber die lassen sich nicht mehr so leicht fangen wie noch vor dem Patch. Deshalb müssen wir uns jetzt nach Alternativen umgucken, wie wir relativ schnell XP bekommen, wobei das ist ab nächster Woche sowieso schon wieder irrelevant, denn dann kommt der nächste Patch und in dem geben auf jeden Fall die normalen Fische, also nicht die Trophy und die Unique, sondern die einfach ganz normalen Fische geben auf jeden Fall doppelt so viel XP wie jetzt. Und das ist schon ganz ordentlich dann, da braucht man dann nicht unbedingt mehr die großen, um fortzuschreiten. Ich habe gerade Forelle noch geangelt, ich glaube so eine normale hat da etwas über 30 XP gegeben, damit mich schon gewunden hat und ich weiß gar nicht, ob das vorher nicht weniger war, aber wenn die dann nächste Woche im nächsten Patch auf jeden Fall nochmal das Doppelte geben, dann wären das schon 60 XP, wobei ich mir nicht sicher bin, ob das dann wirklich so eintrifft. Das werden wir dann auf jeden Fall noch sehen, wäre auf jeden Fall ziemlich cool zum Skillen, aber bis dahin wollen wir einfach mal ein paar Trophäenwälse rausziehen, damit wir gucken, was uns die so an XP bringen und an Geld, wobei Geld ist jetzt hier nicht so das Problem. Deshalb gucken wir uns einfach erst mal zuerst das Equipment an, was wir dafür brauchen, beziehungsweise wie ich es zu fangen. Es gibt natürlich massig andere Methoden, aber ich fange auf jeden Fall mit Pose am großen Haken. Wo haben wir da irgendwo? 1.0 Haken. Damit wir schon die großen Fische da rausziehen, also auch einen großen Haken dran, dann mittlerer Schnittköder. Hier, Zielfisch ist nur Wels, dann kriegen wir schon mal keinen Beifang. Ich habe auch hier ehrlich gesagt noch keinen anderen Fisch dran bekommen, als ich mit mittleren Schnittköder bekommen habe, also irgendwelche Forellenbarsche oder so. Habe ich damit noch nicht an Land gezogen, deshalb sollten die uns in Ruhe lassen. Dann habe ich hier eine Monoschnur drauf, fragt mich nicht warum, ich dachte ich hatte eine Geflochtene drauf, aber auch gut, hat es bis jetzt geklappt, also lassen wir es so tief für 2,50 Meter wie bei dem anderen Wels-Video auch. Da haben wir nichts dran geändert, denn auch der Spot wird derselbe sein. Das Einzige, was wir verändert haben, ist einfach die Größe der Haken und der Köder. Beim letzten hatten wir kleine Schnittköder und jetzt haben wir halt die mittleren. Die mittleren sind allerdings erst ab Level 13 verfügbar, glaube ich. Ich möchte jetzt nicht Bullshit erzählen, aber ich glaube, es ist Level 13. Auf jeden Fall doch schon etwas höher, deshalb könnt ihr damit leider nicht am Anfang direkt die Trophäenwelsen fangen. Die beißen zwar auch auf Käse und kleine Schnittköder, aber halt nicht so häufig wie auf den mittleren Köder, damit fängt man die eigentlich relativ regelmäßig. Auch wenn ich das jetzt nicht sagen sollte, bevor wir an Land gezogen haben, denn sonst werde ich hier wieder gleich keinen fangen und hätte wieder behauptet, man fängt die da mit. Deshalb gucken wir uns das lieber erstmal an, bevor ich hier irgendwas erzähle. Pollen wir uns erstmal auf jeden Fall die richtige Route in die Hand und spulen die Zeit vor. Wir haben jetzt einen sonnigen Tag, da habe ich die besten Erfahrungen gemacht, so ab 16 Uhr. Morgens irgendwie nicht, obwohl die Beißzeit eigentlich genauso hoch ist wie nachmittags. Keine Ahnung warum, aber ich muss mal eben schnell rechnen. Bis 7 waren immer 12 Stunden. So, 12, 13, 14, 15, 16. Also spulen wir 11 Stunden vor und dann müssten wir bei 4 Uhr nachmittags liegen. Jawohl, schön hell alles auf jeden Fall. Spot ist einfach derselbe wie beim letzten Mal auch. Wir werfen da aus, stellen Bremse und Geschwindigkeit der Rolle ein und dann lassen wir treiben und hoffen auf Bisse. Manchmal sind die Bisse ein bisschen zurückhaltend beziehungsweise kommen es gar keine, wenn man mit den Ködern angelt. Aber jetzt sehen wir schon unten den ersten Balken. Der verfärbt sich manchmal so leicht hellblau. Das ist echt mal ein gutes Zeichen, dass da ein Fisch ist. Jetzt haben wir auch einen Zupfer. Und jetzt müssen wir noch warten, bis der abzieht. Und dann gucken wir mal. Ja. Noch packt er nicht ganz zu. Das hat auch ein großer Haken. Der muss erstmal verschlungen werden. Ja, aber sieht auf jeden Fall schon mal relativ vielversprechend aus. Ich werfe immer so 9 bis 10 Meter aus. Na, und jetzt zieht er ab. Ja, und dann waren wir zu langsam. Das ist manchmal das Problem, dass der Schnurbogen zu extrem ist, aber ich habe dann auch keinen Bock, den irgendwie reinzukurbeln. Weil bei meinem Glück beißt er genau in dem Moment und ich bin dann auf Spurgeschwindigkeit 1 oder so. So, einfach nochmal raus. Gucken wir mal, ob der beim nächsten Mal hängt. Manchmal habe ich das versucht, mit dem Schnurbogen den wieder reinzukurbeln. Dann kam mir die Meldung, der Köder wurde weggezogen und was weiß ich. Aber meistens bleiben die auch hängen. Deshalb ist das jetzt nicht so ganz dramatisch. Aber auf jeden Fall schon wieder Ausschlag unten im ersten Balken. Und da kommen jetzt auch die Zupfer. Also Wälse sind auf jeden Fall vorhanden. Jetzt muss er nur noch den Köder nehmen und davon schwimmen. Und dann hoffen wir, dass es ein ordentlicher fetter Brocken ist, der sich zu uns an Land bewegt. Na, jetzt zieht er ab. Und diesmal hängt er. Aber ist, glaube ich, kein großer. Da kommt er hoch. Normaler Kanalwälz. 1,9 Kilo knapp. 15 XP. Damit können wir erstmal nicht so viel anfangen. Aber auf jeden Fall immer noch besser als die jungen Kanalwälze, die wir mit den kleinen Schnittkühlern öfter dran haben. Die kriegen wir hier auf jeden Fall nicht dran. Das kleinste ist dann wirklich dieser normale Kanalwälz, der sich ab und zu erbarmt, den Köder zu nehmen. Damit müssen wir dann einfach leben. Und dann einfach beim nächsten Wurf auf den Trophäenwälz hoffen. Den Unique-Wälz habe ich leider noch nicht gefangen. Ich weiß auch nicht, ob es den gibt. Ja, jetzt bekommen wir wieder den blauen Ausschlag. Da kommen auch wieder die Zupfer. Also bis jetzt beißen die echt relativ gut, muss ich sagen. Manchmal treibt der Köder dann auch hier die ganze Strecke lang und da kommt nicht ein Biss. Aber bis jetzt, die ersten drei schon mal gut. Da geht er wieder ab. Und das könnte ein größerer sein. Gucken wir mal. Manchmal sieht man schon, da haben wir den ersten Trophäenwälz. 2,8 Kilo. Ist kein großer. Bis 3,3 Kilo habe ich schon gefangen. Also haben wir noch Luft nach oben, aber 40 XP ist schon mal nicht so schlecht. Jetzt wollte ich sagen, wenn man das verdoppelt, wenn es 80 aber. Die Trophäenfische bekommen nur einen 25% Boost im nächsten Patch. Das heißt, 10 XP obendrauf wären dann halt 50. Da lohnt sich das nicht wirklich, aber die normalen wenigsten verdoppelt. Die würden dann quasi auch 30 bringen. Das wäre schon mal auf jeden Fall ganz nett. Dass man da etwas schneller leveln kann. und wir gucken mal, ob wir einfach noch ein Trophy herausziehen können. Immer an die gleiche Stelle, gleiches System, gleiches Prinzip und einfach nur beten, dass man ein Trophy fängt. Und da kommen schon wieder die ersten Zipferchen. Der Ausschlag unten ist auch da. Da muss ich sagen, läuft das tatsächlich in der Aufnahme besser als erwartet? Oh, der hängt nicht. Nicht, nicht, nicht. Nein, nein. Der Köhner wurde gefressen. Das ist schlecht. Den Köhner kriegt ihr übrigens nur in dem Heimat-Shop. Also nicht hier in dem lokalen Shop am Wasser. Da müsst ihr auf der Weltübersicht sein und den da kaufen. Kostet auch kein Gold. Ich glaube nur mal 11 Dollar oder sowas für 10 Stück. Also durchaus bezahlbar. Das sollte kein Problem darstellen, den zu kaufen. Es hat nur die Level-Voraussetzungen, die man dafür erfüllen muss und die relativ hoch ist. Und da kommt der nächste. Warten wir noch, bis der abzieht. Na, der will noch nicht. Ist auch nicht hier so schlimm. Ah, jetzt kommt er. Ja, der hängt. Aber ist auch ein normaler, glaube ich. Jo. 1,8 Kilo knapp. 14 XP wieder 50 Zentimeter. Packen wir natürlich wieder in unsere Tasche. Weil ich sagen wollte, mit der Zeit ist es nicht so schlimm wie bei den Unique-Forellen, dass ihr nur eine Stunde Zeit habt. Ich habe die hier durchaus bis 18, 19 Uhr gefangen. Und danach leider noch nicht weitergegangen, weil dann immer mein Kescher voll war. Deshalb könnt ihr die ruhig bis abends fangen. Auch wenn die Weißzeit da eigentlich gar nicht mehr so hoch ist. Die nimmt, glaube ich, wieder ab, ab 17 Uhr oder so. Aber das stellt kein Problem dar. An wolkigen Tagen, muss ich sagen, habe ich ein bisschen mehr Probleme, die zu fangen. Zumindest wenn ich es auf 12 Uhr stelle, weil ich an den wolkigen Tagen eigentlich immer erst ab 12 Uhr starte. Kurz vor Höhepunkt der Beißzeit. Aber da fange ich irgendwie mehr von den normal großen Welsen. Sind zwar auch ein paar Trophäen dabei, aber ich habe irgendwie das Gefühl, dass ich bei sonnigem Wetter ab 4 Uhr mehr Erfolg habe. Kann natürlich auch Einbildung sein. Aber kommt mir auf jeden Fall so vor. Und jetzt haben wir zum Beispiel so eine Phase, wo ein bisschen weniger los ist. Ich sehe da unten noch keinen Ausschlag auf dem Powerbalken. und viel Zupfer. So Mini-Dinge, aber ob es der Grund ist oder ob es ein Fisch ist, ist schwer zu sagen. Gucken wir mal. Na, das meine ich nämlich, wenn man wenn man den Bogen hier einkuppeln will, da bewegt sich der Puls auf jeden Fall ein Stück mit. Vielleicht wenn man das ja auch so bewegt, sie sich ein Stückchen. Deshalb lasse ich den Schnurrbogen eigentlich immer und haue einfach die Spulgeschwindigkeit auf volle Pulle und versuche dann beim Biss schnell einzukurbeln und den Anschlag zu setzen. Klappt eigentlich ganz gut. Manchmal geht halt dann flöten. Aber besser als wenn ich jetzt hier anfange an der Pose rumzuziehen, wenn der noch nicht richtig angebissen hat. Ihr müsst da gucken, was für euch am besten funktioniert. Wenn ihr lieber mit straffer Schnur angeln wollt, dann könnt ihr das natürlich auch tun. So, und hier kommt jetzt glaube ich nichts mehr. Also vielleicht kommt da noch was. Der Köder wackelt jetzt so komisch die Pose. Aber meistens, wenn er hier in der hellen Spiegelung von dem Baum da ist, dann lasse ich das gut sein und werfe einfach noch mal neu aus. Und ich werfe immer eigentlich so, dass wir hier mal, jetzt wo ich hier hinziele, mit dem Ding, so die Spitze von der Baumspiegelung, dass die in dem blauen Balken ist und dann unten rechts den Powerbalken, dass der so eine ganz kleine Ecke über dem, ne, das weiß nichts. Machen wir nochmal. Da sind wir schon ein bisschen zu weit, wobei die da vielleicht auch noch beißen würden. Kann natürlich sein. Ich wollte noch gar nicht klicken. Machen wir da zu schnell, sodass die Anzeige quasi so ein kleines Feld unten noch offen lässt und dann quasi etwas über dem Strich lasse ich dann die Maustaste los, dass der ungefähr auf 10 Meter fliegt. Da, 10 Meter haben wir es und so landen wir ungefähr immer am selben Spot. Denn wenn wir da direkt hinziehen würden, dann würde der tatsächlich weiterfliegen, als wir eigentlich wollen. Manche fangen natürlich auch weiter draußen ihre Wälse, aber ich weiß nicht, habe ich mir irgendwie so angewöhnt, dass ich die alle an der Stelle fange und deshalb mache ich das einfach. Denn solange es funktioniert, sollten wir das auch so beibelassen, bis zum Patch, wo es rausgepatcht wird. Da ist man in der Early Access Phase leider nie vorgefreit, dass Methoden, die heute noch funktionieren, morgen nicht mehr funktionieren. Aber da müssen wir uns dann zurechtfinden und einfach neue Methoden entwickeln. Deshalb versuche ich schon weiter fleißig Unique Forellen zu fangen. Bis jetzt noch kein Glück gehabt. Deshalb kann ich euch da auch noch nicht weiter irgendwie was zu sagen, wie man die fängt. Da müssen wir mal die nächsten Tage abwarten. Auf jeden Fall kommt in dem Patch nächste Woche auch ein neuer Unique Fisch nach New York in den Emirate Lake. da hoffe ich mal stark, dass es ein Zander oder ein Hecht ist. Da hätte ich richtig Bock drauf, wenn man die dann auch fängt und nicht... Oh, da zieht er ab. Aber das ist auch ein normaler, glaube ich. Jawohl. Also Zander und Hecht hätte ich richtig Bock drauf, aber vielleicht ist es auch einfach nur ein Barsch oder so. Denn den gibt es auch schon in der Trophy Size oder halt so ein Grashecht oder so. Das wäre natürlich vielleicht auch nicht ganz so cool, wenn dann hätte ich schon gerne den Northern Pike oder den Zander in der Unique Version. Aber bleibt dann halt abzuwarten, wie gut oder schlecht man die dann auch fängt. Denn die wollen ja das Gegrinde irgendwie runterregeln. Deshalb haben sie auch schon den Peacock Bars in Florida... Ne, den wollen sie glaube ich nicht... Oder? Haben sie den letzten Patch geändert? Oh, da haben wir den nächsten. Das könnte wieder ein Trophy sein. Das sieht auf jeden Fall stark danach aus. Ja, da kommt der dicke Vieh hoch. 3 Kilo, 44 XP. Also das sieht doch schon mal ganz gut aus. Zwei Trophies in nicht mal einer Ingame-Stunde von den Welsen. Also Peacock Bars, ich glaube im nächsten Update werden die geändert. Da soll es wohl irgendwie auch so ein Grind-Exploit gegeben haben. Wobei Exploit jetzt vielleicht das falsche Wort dafür ist. Denn man kann ja nicht die Spieler dafür verantwortlich machen, dass sie so leicht zu gefangen sind. Und werden wir das nicht ausnutzen, solange es noch geht. Ist natürlich schade für uns, die noch nicht nach Florida können und das leider verpasst haben. Aber was soll's. Wir kriegen auch so unsere XP, um irgendwann mal nach Kalifornien zu kommen. Auch wenn das noch 10 Jahre dauern wird. Bei dem derzeitigen Stand. Aber vielleicht hilft es ja, wenn die Fische demnächst das Doppeltein XP geben. dass man etwas schneller vorwärts kommt. Wenn man auch noch Premium-Account holt mit 50% für eine Woche oder so, dann kann man hier schon zumindest bis Level 17 erstmal bis Florida relativ schnell hochleveln. Und dann kann man von da einmal noch weiter sehen, wie es denn läuft. So, dann haben wir so eine Phase, wo da kein Biss kommt. Vielleicht gleich nochmal. An der Stelle beißt es manchmal auch noch. in der Einbuchtung von der Spiegelung da. Aber einfach mal treiben lassen. Und abwarten, was passiert. Ich fange ehrlich gesagt auch nicht mehr so viele Trophy-Forellenbarsche. Habe ich letztes Mal versucht, aber nach dem letzten Patch, wo sie die Unix gepatcht haben, scheint die Methode nicht mehr so erfolgreich zu sein mit dem Barschick. Muss ich mal weiter gucken. Ich angle jetzt hier nicht so viel auf Forellenbarsche, weil es mir einfach nicht viel bringt. Denn da bringen dann Forellen doch ein bisschen mehr. Deshalb habe ich hier noch nicht viel rumprobiert. Vielleicht geht es auch noch und ich habe einfach nicht lang genug versucht. Aber normal hat man ja relativ häufig einen davon erwischt. Deshalb mag es sein, dass es das auch nicht mehr so gut gibt. Ich lese auch im Chat deutlich weniger als noch vor dem Patch, wo man die relativ regelmäßig gelesen hat. Aber gut, wahrscheinlich einfach nur andere Köder, andere Methode, was weiß ich. So schwer sollten eigentlich nicht zu fangen sein. Ich muss auf jeden Fall noch mal nach North Carolina mir angucken, ob es bei den Schwarzbarschen auch eine Erinnerung gegeben hat. Denn ich kann mir jetzt die Lizenz holen für die Schwarzbarsche und dann kann ich mal gucken, ob ich davon eine Trophäe erwische und wie viel XP die geben. Wobei XP könnte ich vielleicht auch einfach mit überlegen herausfinden, denn einen habe ich ja schon gefangen, obwohl ich den nicht behalten durfte. Ich glaube, das war eigentlich eine Aufnahme. Weiß ich gar nicht mehr. Aber da kann ich auf jeden Fall noch mal hin und gucken, wie da die Lage ist. Wenn ich, wobei morgen, ne, morgen ist Sonntag, da sollte der Patch wahrscheinlich noch nicht rauskommen mit der Unique in New York. Denn dann werde ich da erstmal campen, bis ich die finde. Also, nicht morgen vielleicht mal an North Carolina, wenn der Patch noch nicht da ist und gucke mir da die Lage auf Barsch nochmal an. Oder der Unique Crappy, der weiß ich, ich war nach dem Patch gar nicht mehr da und habe geguckt, ob sie die auch verändert haben. Angeblich haben sie ja alle Uniques geändert, beziehungsweise deren Beißverhalten und deren KI, dass die nicht mehr so dumm auf jeden Köder gehen. Aber gut, heißt ja auch Unique-Fisch und nicht häufiger Fisch. Also müssen wir damit leben, dass die selten bleiben. Und wir nur ein paar davon fangen, ist dann auch immer ein schöneres Erlebnis, als wenn man jetzt ein nach dem anderen aus dem Wasser zieht. In echt fängt man auch nicht jeden Tag einen 2 Meter Fisch. Und hier fangen wir jetzt auch gerade nichts. Na gut, werfen wir nochmal neu aus. Soll uns ja egal sein. Einfach weiter versuchen. So, Spiegelung wieder in den Strahl rein. Etwas drüber und dann sollte das schon ungefähr passen. 9 Meter ist okay. Gucken wir mal, ob wir hier noch was an Land ziehen können. Aber bis jetzt kommt da noch kein Zupfer. Der Barkdown ist jetzt auch dauerhaft blau. Ah, jetzt ist er einmal weggegangen und jetzt blinkt er so leicht, flackert wieder. Das heißt, da ist etwas am Köder unterwegs und jetzt kommen auch die Zupfer da zieht er ab und ist glaube ich ein normaler. Jawohl. 1,7 Kilo Kanalwels 13 XP kann man sich mal angucken, wie viel Geld die bringen. Auch nicht so viel, aber das ist ja egal, denn hier kostet die Reise 45 Dollar hin oder so. Und wir haben jetzt hier mit den ersten paar Fischen wie viel haben wir gefangen? 6 Stück. Haben wir 76 Dollar bekommen. Also schon mal 30 Dollar im Plus. Ich hatte für 5 Tage gebucht und noch locker Platz im Kescher für 2,3 Fische. Also so 100 am Tag sag ich mal ist möglich. Das heißt, wenn ihr 5 Tage voll macht oder auch mehr je nachdem wie viel ihr Bock habt, dann habt ihr locker ordentlich Geld zusammen für die anderen Reisen nach New York wo es dann als nächstes hingehen würde für euch oder was weiß ich wohin. Deshalb macht das einfach probiert es mal aus mit dem Trophäenwels. Sobald ihr Level 13 habt ist es auf jeden Fall leichter, sonst müsst ihr es halt mit den anderen Ködern noch ausprobieren. Da ist es dann nicht ganz so leicht, aber ihr könnt einfach einen größeren Haken nehmen, dann habt ihr vielleicht ein bisschen mehr Glück, dass nicht ganz so viele junge Wels anbeißen. Das hat bei mir eigentlich relativ gut geklappt. Man fängt die zwar dann immer noch, weil manche echt gierig sind, aber man fängt dann schon ein paar mehr größere und ganz ganz selten auch mal so ein Trophäenwels mit Käse oder mit kleinen Schnittköder, die ihr euch in den unteren Leveln auch schon leisten könnt. Und dann wie ich sagen, war es das für heute auch schon wieder? Trophäenwels haben wir zwei Stücke gefangen, also diesmal müsst ihr mir nicht vertrauen, dass es so geht, ihr habt es gesehen. Das ist schon mal sehr gut und dann hoffe ich, dass euch das Video gefallen hat und ihr beim nächsten Mal wieder mit dabei seid und bis dahin macht's gut und Petri Heil!